Oswald von Nellbräuning war ein katholischer Theologe, Jesuit, Nationalökonom und Sozialphilosoph, der als Nestor der katholischen Soziallehre gilt. Nellbräuning wirkte als Berater von Pius XI. maßgeblich an der Formulierung der berühmten Sozialenzyklika Quadragesimo anno von 1931 mit, in der die Sozialbindung des Eigentums gefordert wurde und in der Nellbräuning das Subsidiaritätsprinzip entwickelte. Nellbräunings Denken basiert auf der klassischen Naturrechtstradition und den daraus im 19. Jahrhundert entwickelten Grundprinzipien der katholischen Soziallehre, Personalität, Solidarität und Subsidiarität. In seinen über 1800 Veröffentlichungen behandelte er Fragen der Wirtschaftsethik, der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Wichtige Themen waren dabei das Verhältnis von Arbeit und Kapital, die Auseinandersetzung mit dem Marxismus, die Frage der Mitbestimmung, die Ausgestaltung der katholischen Soziallehre und damit die Überwindung der Entfremdung der Arbeiterschaft von der Kirche. Leben Oswald von Nellbräuning wurde als Sohn des Weingutbesitzers Arthur von Nell und seiner Frau Bernharder von Bräuning in Trier geboren. Die Eltern des jungen Oswald hätten gerne gesehen, dass der Sohn den Familienbetrieb weiterführte, dieser jedoch wünschte sich schon früh, Priester zu werden. Er legte 1908 am humanistischen Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, am selben Gymnasium wie Karl Marx, sein Abitur ab. Nach der Schulzeit wandte sich Nellbräuning zunächst vier Semester lang mathematisch-naturwissenschaftlichen Studien zu. Er hörte Vorlesungen in Kiel, München, Straßburg und Berlin. In Innsbruck begann er ein 1910-Dekasekunden-Studium der Philosophie und der Theologie. 1911 trat er dort in den Jesuienorden ein. Er absolvierte ein zweijähriges Noviziat in Esherenberg und begann danach das Philosophie-Studium an der Ordenshochschule in Falkenburg. Das Ordensstudium wurde unterbrochen durch seinen Militärdienst im Ersten Weltkrieg, in dem er als Sanitäter in einem Malteser-Lazarett-Trupp tätig war. 1916 wurde er als nicht mehr kriegsverwendungsfähig entlassen und vom Orden an das Jesuiten-Kollegs-Stella-Matutina in Feldkirch als Erzieher geschickt. 1920 setzte er seine Studien in Innsbruck fort und wurde dort 1921 zum Priester geweiht. 1926 wurde er nach Münster gesandt, wo er 1928 bei Josef Mausbach und Heinrich Weber promovierte. Seine Dissertation behandelte das Thema Grundzüge der Börsenmoral und machte ihn in der katholischen Öffentlichkeit bekannt. Noch im selben Jahr wurde er als Professor für Moraltheologie, Kirchenrecht und Gesellschaftsrecht an die neu gegründete Philosophisch-Theologische Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main berufen, an der er auch nach seiner Emeritierung noch lange lehrte und arbeitete. Nell Bräuning erwarb sich bald ein über die kirchlichen Grenzen hinausreichendes Ansehen als Ökonom. Den Höhepunkt seiner damaligen Aktivitäten bildete seine maßgebliche Mitwirkung an der 1931 veröffentlichten Sozialenzyklika Quadragesimo anno von Papst Pius XI. In ihr wurde u.a. die kirchliche Kritik an der kapitalistischen Klassengesellschaft, die Gleichwertigkeit von Lohnarbeit und Kapital, die Sozialbindung des Eigentums und das Ziel einer neuen Gesellschaftsordnung formuliert. In der Zeit des Nationalsozialismus hatte Nell Bräuning von 1936 bis 1945 Schreib- und Publikationsverbot. 1944 wurde er wegen angeblicher Devisenvergehen zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt, brauchte die Strafe aus Gesundheitsgründen aber nicht mehr anzutreten. Nach dem Zweiten Weltkrieg entfaltete Nell Bräuning eine rege Tätigkeit als Professor, Publizist und Vertreter der katholischen Kirche. 1947 bis 1950 brachte er zusammen mit Hermann Sacher das Wörterbuch der Politik heraus, worin viele Grundsatzartikel Nell Bräunings zur katholischen Soziallehre enthalten waren. 1948 erhielt er einen Lehrauftrag für Wirtschafts- und Sozialethik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main, die ihn 1956 zum Honorarprofessor ernannte. Daneben war er Mitglied des Königswinterer Kreises am dortigen Institut für Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, zusammen mit Theodor Brauer, Götzbriefs Gustav Gundlach, Paul Jooster, Franz H. Müller und Heinrich Rommen. Seit ihrer Gründung wirkte Nell Bräuning außerdem an der Frankfurter Akademie für Arbeit. Sein Interesse konzentrierte sich seit den 1950er Jahren zunehmend auf die aktuellen Fragen der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. In den drei Bänden des Sammelwerks Wirtschaft und Gesellschaft setzte er sich mit den Fragen einer wirtschaftlichen Neuordnung auseinander. Es war ihm ein Anliegen, dass die vor 1933 herrschenden kapitalistischen Unternehmensstrukturen neu geordnet würden. Die Arbeitnehmer sollten stärker in die Industriegesellschaft integriert und gleichberechtigte Partner der Arbeitgeber werden. Wichtige Themen waren dabei A. Der Lastenausgleich, der gerechte Lohn, das Streikrecht der Gewerkschaften, die Wohnungsnot, die Vermögenspolitik und die Unternehmensverfassung. Nell Bräuning hatte ein besonders enges Verhältnis zu den Gewerkschaften. Seit 1959 war er Mitglied des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Er befürwortete die Einheitsgewerkschaft und versuchte das Wiederaufleben der Richtungsgewerkschaften zu bekämpfen. Mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund verband ihn eine langjährige Beratertätigkeit. Nell Bräuning versuchte, den christlichen Einfluss im DGB aufrecht zu erhalten und eine marxistische Ausrichtung zu verhindern. Trotz seiner Nähe zum DGB vertrat er in einigen zentralen Punkten eine DGB-kritische Haltung, so sprach er sich Z. B. gegen die 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich und für die Möglichkeit der Aussperrung aus. Nell Bräuning setzte sich für die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktiv-Eigentum ein und förderte den Gedanken des Investivlohns. Ab Mitte der 1960er Jahre verschob sich sein Engagement für die Arbeitnehmerschaft von der Vermögensbildung zur Mitbestimmung, deren sozial-ethische Begründung er in vielen Artikeln herausarbeitete. Nell Bräuning stand im engen Kontakt zur katholischen Arbeitnehmerbewegung. Er wirkte auch beratend an den Formulierungen des Godesberger-Programms der SPD mit, das er als ein kurz gefasstes Repetitorium der katholischen Soziallehre bezeichnete. Nell Bräuning war außerdem Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Bundesministerien für Wirtschaft, für Städtebau und Wohnungswesen und für Familien- und Jugendfragen. An seinem 100. Geburtstag wünschte ihm einer der Gratulanten noch ein paar Lebensjahre, worauf er antwortete. Nein, das ist mir zu wenig, ich will ewig leben. Am 21. August 1991 starb Oswald von Nell Bräuning in Frankfurt am Main im Alter von 101 Jahren. Mit mehr als 1800 Veröffentlichungen hatte er ein schaffensreiches Leben. Zu seinen zahlreichen Schülern gehören der niederländische Soziologe und Jesuit Harry Höfnagels und der deutsche Politiker Norbert Blüm. An der philosophisch-theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main wurde ein 1992 Dekasekunden Oswald von Nell Bräuning Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik ins Leben gerufen. Dessen Leiter bis 2006 der renommierte Theologe, Wirtschaftswissenschaftler und Jesuit Friedhelm Hengsbach war. Der aktuelle Leiter des Instituts ist Bernhard E. Munz. Werk. Beginnend mit dem Jahr 1924 widmete sich Nell Bräuning in über 1800 Titel einer Vielzahl von Sachthemen. Er beschäftigte sich darin mit den jeweils aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Problemen in Deutschland, wobei er keinen geschlossenen Entwurf einer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung vorgelegt hat. Zu seinen Themen in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg gehörten die Geldentwertung, das Bodenrecht, die Förderung des Bausparens, Wohnungseigentum und Wohnungsbau. Weiterhin beschäftigte er sich zu dieser Zeit mit der Funktion des Geld- und Kapitalmarkts, einer gerechten Finanzverfassung, dem Aktienrecht und der Unternehmenskonzentration. Außerdem stellte er grundsätzliche Betrachtungen über die Funktion des Eigentums und die kapitalistische Wirtschaftsweise an. In der Aufbauphase der Bundesrepublik Deutschland standen fundamentale Fragen der Neuordnung von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat im Mittelpunkt. Nell Bräuning schrieb über christliche Gesellschaftsmodelle, die er jenseits von Kapitalismus und Sozialismus verortete. Über Demokratie in der Wirtschaft und das Verhältnis von Kirche und politischen Parteien. Bis zur Verwirklichung der Montan-Mitbestimmung 1951 schrieb er zahlreiche Artikel zu diesem Thema. Weiterhin beschäftigte ihn das Thema Arbeitszeitverkürzung, die Vermögensbildung und familiengerechte Wohnungen für Arbeiterfamilien. Als besonders wichtig sah er außerdem die Rentenreform und den Ausbau des Sozial- und Rechtsstaats an. In den 1970- und 1980er Jahren griff er im Anschluss an die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Gaudium ESPES erneut das Thema der wirtschaftlichen Mitbestimmung und die Frage einer neuen Unternehmensverfassung auf. Angeregt durch die sozialen Rundschreiben von Paul VI. setzte sich Nell Bräuning intensiv mit Karl Marx auseinander, dessen Menschenbild er zwar ablehnte, dessen Beschreibung gesellschaftlicher Abhängigkeiten der Arbeiter ihn aber überzeugte. Diese Abhängigkeiten sah er auch in der Kirche als Arbeitgeber gegeben. Er mutigt durch die Sozialenzyklika über die menschliche Arbeit von Johannes Paul II. kritisierte Nell Bräuning, dass die Kirche ihren Mitarbeitern weniger mit Wirkungsrechte einräume, als dies in der gewerblichen Wirtschaft und dem öffentlichen Dienst typlich sei. Punkt. Die wissenschaftlichen Ausarbeitungen von Oswald von Nell Bräuning sind wegen seiner Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften und dem Marxismus für die Wirtschaftswissenschaften von Bedeutung, da von Nell Bräuning auch bereit war, sich über gültige Doktrinen hinwegzusetzen, um wissenschaftliche Erkenntnisse in einer einfachen und verständlichen Form beim Namen zu nennen. So ging er 1985 in einer Befragung davon aus, dass zur Deckung des gesamten Bedarfs an produzierten Konsumgütern ein Tag in der Woche mehr als ausreicht. Punkt. Die sieht man aber nicht, wenn man von den Finanzen her zu denken anfängt, sondern die sieht man nur, wenn man güterwirtschaftlich denkt. Dies bedeutet, dass der Zugang zu einer solch umfassenden Arbeitszeitverkürzung nur güterwirtschaftlich sichtbar ist. Diese Erkenntnisse werden in einer anderen Form von Hans-Peter Martin in seinem Buch Die Globalisierungsfalle und mit den von Jeremy Rifkin in seinem Buch Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft dargelegten Weltwirtschaftsdaten bestätigt. Rezeption Nell Bräuning beeinflusste als Redner und politischer Berater von Regierungen, Parteien, Gewerkschaften und Unternehmerverbänden in erheblichem Maße die sozial- und wirtschaftspolitische Entwicklung der Bundesrepublik. Seine Mitarbeit an der Sozialenzyklika Quadragesimo Anu stellte einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der katholischen Soziallehre dar. Seine stets auf die konkrete gesellschaftliche Problematik bezogene Erklärung der offiziellen Verlautbarungen der kirchlichen Soziallehre verschaffte. Dieser Verständnis und Verbreitung über die Kirche hinaus. Unter seinem Einfluss kam es zu einer Annäherung von Arbeiterbewegung und Kirche. Wesentliche Elemente des Sozialstaatsmodells beruhen auf den von ihm maßgeblich mitentwickelten Prinzipien, wie etwa das Subsidiaritätsprinzip und die Mitbestimmung. Ehrungen Nell Bräuning wurde unter anderem mit dem von der katholischen Akademie in Bayern gestifteten Romano Guardini-Preis, der Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main sowie der Wilhelm-Leuschner-Medaille des Landes Hessen, dem Hans-Böckler-Preis und der Cornelius-Gorlitt-Denk-Münze ausgezeichnet. 1981 wurde er Ehrenbürger der Stadt Trier und 1983 Ehrenbürger der Stadt Frankfurt am Main. Bereits in den 1990er Jahren wurde er zum Ehrenmitglied der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft e. V. Ernannt, der Alumni-Organisation des Fachbereichs Wirtschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Die Stadt Trier vergibt seit 2003 alle zwei Jahre den mit 10.000 Euro dotierten Oswald von Nellbräunen Preis. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Paul Kirchhof, Helmut Schmidt, der päpstliche Rat C.O.R.O.N.M. sowie die Brüder Hans-Jochen und Bernhard Vogel. In Trier trägt der letzte Teil der Verbindungsstraße zwischen Heiligkreuz und Mariahof den Namen Oswald von Nellbräuning Allee. In Bergheim-Glessen ist eine Straße im Gewerbegebiet auf Beschluss des Stadtrates Oswald von Nellbräuning Straße benannt worden. In Rödermark gibt es eine Oswald von Nellbräuning Schule, die eine integrierte Gesamtschule und Europaschule mit gymnasialer Oberstufe ist. In Kösfeld, Frechen und im Bad Honeffer Ortsteil Röndorf gibt es ein Nellbräuning Berufskolleg. In Köln-Junkersdorf wurde eine Straße nach ihm benannt. In Netfen ebenfalls in Rottweil gibt es die Nellbräuning Schule. In Frankfurt A.M. wurde im Stadtteil Sachsenhausen eine Straße als Nellbräuning Straße benannt. In Saarbrücken gibt es die Nellbräuning Allee auf den Saarterrassen im Stadtteil Burbach. Das Oswald von Nellbräuning Haus in Herzogenerath ist ein Bildungshaus in der Trägerschaft der CAJ und der KAB. Das Oswald von Nellbräuning ist ein Bildungsmaß in der Körn-Junker. Untertitelung des ZDF, 2020